Heute ist große Grill-Session auf der Donauinsel, gesponsert von Penny, Der Mann, Bobi, Radio Arabella, Buntigammer, Felix, Kotterny, Rays, Kellis und Landmann. Untertitelung. BR 2018 Brought me to my knees, fading, what did all those fantasies call it? Fading around, now I'm saving, too much. But I thought that I should, you love them, I thought that I should, you sing. And I think I'm gonna start, you try. Mmh, wir freuen uns schon auf die nächste große Grillparty von heute.